Marcel, du hast dir doch schon immer gewünscht, vor einem IPO direkt mit einsteigen zu können. Ja, das stimmt. Dann habe ich heute für dich die Lösung. Dank unserem Werbepartner Freedom24 bei Freedom Finance, wusstest du, dass die durchschnittliche Rendite in den ersten 93 Tagen nach einem IPO 69% beträgt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen und deswegen sind Unternehmen vor dem IPO auch echt interessant. Also Philipp, wie kann ich das machen? Das ist ganz einfach. Du eröffnest ein Konto, zahlst mindestens 2000 US-Dollar via Banküberweisung oder Kreditkarte ein und stellst einen Antrag zur Teilnahme an einem Börsengang. Mit Beginn des öffentlichen Handels an der Börse erscheint das gekaufte Werbpapier in deinem Konto und die sogenannte Sperrfrist von 93 Tagen beginnt. Das bedeutet, du kannst in den ersten 93 Tagen die Aktie nicht verkaufen. Nach den 93 Tagen kannst du oder du bist frei, dass du sie ganz einfach verkaufen kannst. Das ist ja cool. Gibt es auch bekannte IPOs, die da mit dabei sind? Ja, zum Beispiel Robinhood wird mit dabei sein oder auch die von dir gehaltene Airbnb-Aktie hättest du kaufen können. Ich würde sagen, den Link stelle ich dir jetzt einfach in die Shownotes. Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen bei deiner neuen Aktienanalyse von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp und heute möchte ich mir mit dir ein Unternehmen anschauen, das mehr Marktanteile hat als SAP, Oracle, Microsoft und Adobe. Über welchen Markt werden wir heute sprechen? Wir schauen uns den CRM-Markt an. Das bedeutet Customer Relations Management und das bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörenden Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll. Wie groß ist eigentlich dieser Markt? Und nach einer Prognose von Gartner soll der CRM-Markt bis 2025 auf 80 Milliarden US-Dollar wachsen. Dies würde einem Wachstum von 30 Milliarden US-Dollar zwischen 2018 und 2025 entsprechen. Ich denke, ihr erahnt es schon, über welches Unternehmen wir jetzt sprechen werden. Wir sprechen über Salesforce, welches einen Marktanteil von 19,5% im CRM-Bereich hat. SAP kommt auf 8,3%, Oracle auf 5,5%, Adobe auf 5,1% und Microsoft auf 2,7%. Alle anderen Anbieter kommen auf 58,8%. Wenn man Salesforce genauer betrachtet, gibt es eine zentrale Schlüsselfigur und das ist der CEO und Gründer Mark Benioff. Er gründete Salesforce im Jahr 1999 und er gilt als einer der Pioniere des Cloud Computing. Sein Vermögen wird geschätzt auf 7,3 Milliarden US-Dollar. Nichtsdestotrotz hält Mark Benioff noch heutzutage 3,13% aller Aktien. Wir sehen, auch hier sind wieder große, starke, institutionelle Investoren mitbeteiligt, wie zum Beispiel Fidelity mit 7,41%, die Vanguard Group ist mit 7,23% dabei, die Tiro Price Group mit 4,64%, SSGA Funds 4,4% und BlackRock mit 2,21%. Ihr seht also, die Aktionärsstruktur ist breit diversifiziert und große institutionelle Investoren sind langfristig und zu einem sehr großen Anteil hier beteiligt. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass Mark Benioff 3,13% aller Aktien hält. Also er hat Skin in the Game. Salesforce berichtet in verschiedenen Segmenten. Platform and Other steht für 29,5% aller Umsätze, Service 25,3%, Sales 24,4%, Marketing and Commerce für 14,7%, der Professional Service, also die Unterstützung der Kunden steht für 6% aller Umsätze. 65,9% aller Umsätze werden in den USA erzielt, Europa kommt auf 21,2%, Asia Pacific auf 9,5% und die Americas auf 3,5%. Was ist die Idee von Salesforce? Sie haben eine Vision, Sie möchten weltweit führend bleiben im Bereich CRM, Analyse und Integration, also auch der Digitalisierung und dazu bieten Sie Ihre 360 Platform an. Die 360 Platform bietet einem Unternehmen digital alles, was Sie brauchen im Bereich Sales, Service, Marketing, Analytics, Integration, Industries, Learning, Employees, Partners. Und das macht alles auch messbar. Also Sie haben verschiedene Channels. Sie gibt es als Web, als App. Sie helfen im Workflow. Sie haben künstliche Intelligenz. Sie helfen es auch einem App zu entwickeln. Aber es gibt zum Beispiel auch verschiedene Bots, die Kunden hier nutzen können. Salesforce selber sagt, Sie haben ein Total Addressable Market im Wert von 175 Milliarden US-Dollar bis 2025. Das bedeutet, der TAM, also der Total Addressable Market, soll in den nächsten Jahren jeweils um 11% zulegen. Im Bereich Sales gehen Sie davon aus, dass sich Ihr Total Addressable Market von 14 Milliarden US-Dollar auf 21 Milliarden US-Dollar steigern wird. Und hier ist ganz klar die Cloud, aber auch Ihre KI ein Wachstumstreiber. Der Bereich Service soll sogar noch stärker wachsen, um 12% im Schnitt pro Jahr von 20 Milliarden US-Dollar auf 32 Milliarden US-Dollar. Hier bieten Sie ein breites Omnichannel-Angebot, also Voice, Chat, Messaging und Bots. Aber auch hier wieder kommt Ihre KI zum Einsatz. Ihr Bereich Marketing and Commerce soll sogar noch stärker wachsen, um 14% von 24 Milliarden US-Dollar auf 41 Milliarden US-Dollar soll dieser Total Addressable Market ansteigen. Sie verbinden hier in diesem Segment B2C, also Business-to-Client, sowie B2B, Business-to-Business und Sie arbeiten auch hier mit Stripe zusammen, um auch hier Zahlungen abzuwickeln. Sie gehen davon aus, dass Ihre gesamte Plattform, also der Total Addressable Market für die Plattform im Schnitt um 7% wachsen wird. Von 24 Milliarden US-Dollar soll es auf 32 Milliarden US-Dollar hochgehen. Der Analyse-Bereich, also die Tools, die Sie Ihren Kunden geben, damit diese Ihre Kunden besser verstehen können, soll im Schnitt um 10% wachsen. Hier soll der Total Addressable Market von 34 Milliarden US-Dollar auf 49 Milliarden US-Dollar ansteigen. Salesforce sieht Ihre Plattform 360 als riesen Competitive Advantage, also als Vorteil gegenüber Ihren anderen Wettbewerbern, weil Sie ein Rundum-Sorglos-Paket als Web- und auch als App-basierte Plattform für Ihre Kunden anbieten. Das bedeutet, die Kunden können auch egal wo und überall, sobald sie Internet haben, auf Ihre Daten zugreifen. Dass Salesforce recht hat, sieht man hier, wenn man sieht, wie sich die Marktanteile von Salesforce erhöhen. 19,8% im gesamten Bereich. Oracle nimmt ab, SAP nimmt ab, nur Adobe und Microsoft wachsen. Salesforce hat ein sehr ambitioniertes Ziel. Sie wollen im Schnitt in den nächsten Jahren um 19% wachsen und wollen im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Auch aus diesem Grund, um den Kunden ein besseres Erlebnis zu geben, hat man in den letzten Monaten Slack übernommen. Ein weiterer Riesenvorteil von Salesforce ist Salesforce Ventures. Und das kennen die wenigsten. Sie investieren in über 400 oder sie haben besser gesagt in über 400 Unternehmen in 24 Ländern investiert und sind auch an 23 IPOs schon vorab beteiligt gewesen. Hier siehst du nur eine kleine Auswahl an Unternehmen, an denen Salesforce Ventures beteiligt ist. Also DocuSign ist mit dabei, Snowflake, Zoom, Box, Databricks. Du siehst, sie sind breit diversifiziert, auch hier im Venture-Bereich. Und so schaffen sie es natürlich extremst schnell, neue Kunden für sich, für ihre Plattform zu gewinnen. Wenn man schon mal einen Fuß in der Tür hat mit einer Beteiligung, dann zeigt das natürlich auch dem Kunden, dem potenziellen Kunden auch für Salesforce. Mensch, da ist ein Unternehmen, das glaubt an mich. Sie bringen auch bei mir Skin in the Game mit rein, weil sie in mich investieren. Bevor wir gleich zur Discounted Cashflow-Analyse kommen, schauen wir uns jetzt einmal die fundamentalen Fakten anhand des TraderFox Qualitätsscore an. Dieser kommt auf 14 von 15 Punkten. Das Umsatzwachstum ist enorm, 26% im Schnitt in den letzten 5 Jahren. Das EPS-Wachstum 131% im Schnitt. Die Eigenkapitalrendite ist noch ein bisschen mau mit unter 7%. Sie wird noch bemängelt. Aber auch hier, wir haben hier ein schuldenfreies Unternehmen. Und das Salesforce in den letzten 10 Jahren hervorragend sich entwickelt hat. Das siehst du auch an der Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren. 24,08%. Hätte man 1.000 Dollar im Jahr 2004 investiert, wären daraus auch schon fast 62.000 Dollar geworden. Was mir richtig gut gefällt, das sehen wir hier bei Morningstar, ist nochmal die komplette Entwicklung in der Übersicht. Und wir sehen, im Jahr 2012 hatten wir noch ein Revenue, also einen Umsatz von 2,267 Milliarden US-Dollar. Und sind jetzt bei fast 22 schon angelangt. Wir sehen die Growth Margin auch immer schön knapp um die 75%. Das Net Income seit 2017 positiv. Earnings per Share seit 2017 positiv. Was hier schon extremst auffällt, das siehst du hier bei Shares, ist einfach tatsächlich, dass die Anzahl der Aktien permanent zulegt. Aber ich glaube, es wird doch jetzt tendenziell ein bisschen weniger werden. Was ist noch zu sagen? Der Buch fährt die Aktie, er legt zu. Der operative Cashflow 4,801 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2021. Neben dem Carbex, was dann natürlich abgezogen wird, kommt ein Free Cashflow heraus von fast 4,1 Milliarden US-Dollar. Also das ist wirklich hervorragend. Auch wir haben ein schönes Working Capital, was man hier benutzt. Free Cashflow per Share steigt auch enorm. Also durchweg haben wir hier ein solides Wachstumsunternehmen. Und ich glaube tatsächlich, aufgrund der historischen Entwicklung, dass sie es schaffen können, 50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 umzusetzen. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist Salesforce auf dem aktuellen Niveau ein Buy, Hold oder Sell? Und dafür nutzen wir natürlich wie immer eine Discounted Cashflow Analyse. Und ich habe tatsächlich angenommen, dass sie in den nächsten Jahren ihren Free Cashflow im Schnitt um 25% steigern werden. Dies wird dann abflachen auf 20 und 15%. Langfristige Wachstumsrate 3%. Was mir richtig gut gefällt, ist, dass Salesforce kaum verschuldet ist. Free Cashflow ist enorm stark und auch die kurzfristigen Schulden sind bei Null. Bei meiner Discount-Rante gehe ich immer von 9% aus, weil ich ja mindestens die Marktrendite mit einem Investment in ein Unternehmen haben möchte. Schauen wir uns das mal an, was hier rauskommt. Und nach der Discounted Cashflow Analyse mit einem Abzinsungsfaktor von 9% könnte der faire Wert je Aktie bei 286,13$ liegen, mit einem Margin of Safety von 10% bei 257,52$. Somit kommen wir auch vor zu meinem Fazit und ich glaube tatsächlich, dass Salesforce auf diesem Niveau ein Buy sein könnte. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ist Salesforce für dich ein Buy, Hold oder Sell? Und ich bedanke mich bei dir recht herzlich und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu mir einen Gefallen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao!